Ich freue mich sehr, dass ich die zweite Runde moderieren darf und auf dieser Runde bitte ich Sie zu begrüssen, sehr herzlich zu begrüssen, die stadtbekannte Adrienne Göhler und auch in der Welt bekannte. Und ich darf auf die Bühne bitten, die in der Schweiz bekannte, aber weltgewandte, sie war in New York, sie war in Brüssel, lebt jetzt in München, Regula Stempfli. Und als drittes darf ich begrüssen den Herrn, der sehr bekannt ist im Haus Bartleby. Der Ansem Lenz. Schön, dass du da bist. Ich stelle die Uhr auf 30 Minuten. 31. Ich möchte beginnen mit der einfachsten Frage auch, nämlich was ist das, was bei euch im Leben, wo ist dieser Blitz eingeschlagen des bedingungslosen Grundeinkommens oder war es vielleicht gar kein Blitz? Was war es? Darf ich beginnen bei dir, Regula? Ja, gerne. Wie war das bei dir? Also für mich war das eigentlich immer im Leben, hat das mein ganzes Leben begleitet und zwar aus Freiheitsgründen. Ich komme aus ganz, ganz wahnsinnig einfachen Verhältnissen, selbst wenn ich in der Schweiz in den Ende 60er Jahre geboren bin, das gab es. Und ich habe etwas von meinen Eltern gelernt, die mussten immer eben arbeiten, um zu überleben, aber wir haben es dann so aufgeteilt mit einer riesengroßen Familie, dass diese Arbeit, um zu überleben, nur vier, fünf Stunden im Tag für alle Mitglieder, Familienmitglieder stattgefunden hat. Und da habe ich schon früh eben auch zu arbeiten begonnen. Und auch als Studentin habe ich vier, fünf Stunden pro Tag oder so irgendwie im Denner, also bei euch wie bei der Aldi oder einfach an der Kasse gearbeitet. Und das war nicht schlimm für mich, weil ich wusste, ich hatte nachher vier, fünf Stunden Zeit für mich und es konnte mir niemand reinreden. Also ich habe das nie begriffen, wie Leute arbeiten, um sich viel zu leisten, sondern ich habe immer gearbeitet, also wegen dem Lohn, damit ich die Freiheit leben kann. Also die notwendig und bedingungsloses Grundeinkommen ist für mich absolut klar. Es ist die Notwendigkeit decken und jeder Mensch hat eben, das Kapitel ist mein Lieblingskapitel, das gelesen wurde, jeder Mensch hat ein Recht auf die Bedürfnisse, die Notwendigkeiten zu decken und die Freiheit zu leben. Und das macht mich persönlich völlig unabhängig, deshalb bin ich auch quasi notorious in der Schweiz, macht mich völlig unabhängig als Kolumnistin, als Denkerin, weil ich mich nicht anbieten muss, weil ich Karriere machen muss, um zu denken und frei zu sein. Und deshalb ist für mich eben, es ist eine conditio humana, das bedingungslose Grundeinkommen. Deshalb war das für mich so super. Aber ich habe immer große politische Diskussionen gehabt natürlich darüber. Du hast ein wunderbares Buch geschrieben, das heisst Vom Stummbürger zum Stimmbürger und wenn du jetzt auf das bedingungslose Grundeinkommen schaust, ist das jetzt eine Einlösung auch oder eben auch nochmal eine weitere Entwicklung dieses Demokratiegedankens, den du in diesem Buch gepflanzt hast? Ja, absolut, absolut. Wir sind dann alle Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. Und vor allem müssen wir uns dann auch nicht mehr so wahnsinnig aufregen, wenn irgendwelche Marine Le Pen gewinnt in Frankreich oder irgendein doofer Sigmund Gabriel, der sich Sozialdemokrat nennt, irgendwelche antisozialen Programme macht. Wir müssen uns nicht mehr aufregen, weil dieser Typ kann uns nicht mehr die Sozialleistungen nehmen. Dieser Typ, der kann machen, was er will. Ich habe meine Notwendigkeit gedeckt, um die Freiheit zu leben. Das ist für mich eigentlich auch ein politologischer Grund. Applaus Liebe Adrian, dich habe ich auch über ein Buch kennengelernt, aber nicht das 1000 Euro für alle, das kam ja erst später, sondern das Buch Verflüssigungen und da taucht, ich glaube, das wurde herausgegeben 2004 oder 2005 und da taucht der Gedanke des bedingungslosen Grunderkommens auf. Aber du hast ja unter anderem die Grünen mitbegründet. Wann war das in deiner Biografie, als diese Idee aufgetaucht ist? Meine 87-jährige Mutter behauptet, da wäre ich 22 gewesen, da hätte ich gesagt, die Welt ist so lange nicht gut, wie wir nicht alle 1000 Mark haben. Und sie fand es sowas von komplett neben der Mütze. Dann habe ich das ein bisschen vergessen, dann habe ich in der Tat die Grünen mitgegründet und im ersten Programm stand, und dann wollen wir ein Grundeinkommen, ein bedingungsloses Grundeinkommen. Das haben die Grünen wieder vergessen. Ich habe sie nicht deswegen verlassen, ich habe sie wegen einem anderen Grund verlassen, aber das wäre spätestens der Grund gewesen, wegzugehen, dass sie das nicht mehr erinnern. Applaus Und dann habe ich mich eben beschäftigt, also ich habe relativ lange die Kunsthochschule in Hamburg geleitet und festgestellt, es gibt so unglaublich viele kluge Ideen, Gedanken, Konzepte, aber auch die weltverbessernde neue, es gibt ja auch Design und Architektur in solchen Kunsthochschulen, aber es gibt kein Gegenüber. Und sie haben noch nicht mal das Geld, um irgendeinen Gebrauchsmusterschutz sich anlegen zu lassen, sodass der Kapitalismus immer sagen kann, das, das, das nehmen wir. Ich habe so viele kluge Menschen sehr krank oder auch einfallslos werden sehen, dass ich gedacht habe, nee, so geht es wirklich gar nicht. Und dann habe ich, nachdem ich ein kleines, also ein Regierungspraktikum in Berlin gemacht habe, ich war kurzzeitig Senatorin für Wissenschaft, Forschung und Kultur, um festzustellen, es gibt einfach so wahnsinnig gute Dinge im Leben, die man tun könnte, wenn die Menschen das Geld dazu hätten, das zu tun, wenn sie die Freiheit hätten, ihren Ideen nachzugehen. Und dann bin ich nun auch schon seit relativ langer Zeit Feministin und ich kann es ehrlich gesagt schon relativ lange nicht mehr hören, dass wir leider 25 Prozent weniger als die Männer verdienen. Deswegen ist alles so, das summierte sich auf und dann kommt man zum Grundeinkommen. Und die Idee von meinem Buch war, also wenn wir jetzt im 21. Jahrhundert sind, wenn wir in einem Hochpreisland, dem die Arbeit auf der einen Seite immer mehr und mehr ausgeht, auf der anderen Seite gibt es immer mehr Arbeit, die nicht bezahlt wird. Und wenn es so ist, dass vielleicht das 21. Jahrhundert das Jahrhundert ist, wo der Rohstoff, der nachwachsende Rohstoff die Kreativität ist, dann brauchen wir mehrere Bedingungen, um sie entfalten zu können, weil die größte Gegenspielerin der Kreativität ist, die chronische Existenzangst. So, und das war. Lieber Anselm, darf ich dir dann das Wort geben. Du bist ja heute eingesprungen für Alex Fassmann, ganz kurzfristig, erst um 16 Uhr haben wir telefoniert und du hast dankenswerterweise zugesagt. Magst du etwas erzählen über das Haus Bartleby, vielleicht etwas über die Alex, die auch ein wichtiges Buch geschrieben hat, nämlich Arbeit ist in Klammer, nicht Klammer zu unser Leben und zu dir als Person, Anselm, ich lerne dich ja erst heute kennen. Ich darf Grüße bestellen von Alex, für dich aus gesundheitlichen Gründen einspringen, mach das auch gern. Das Haus Bartleby nennt sich Zentrum für Karriereverweigerung, das haben wir vor einem Jahr und ein paar Monaten gegründet. So schnell erntet man aber selten Lacher damit, das freut mich aber. Natürlich beinhaltet das ein gewisses Paradox, denn wir sind alle, oder jetzt nicht die Oberkarrieristinnen und Karrieristen gewesen. Trotzdem hatten wir das eine oder andere erreicht, haben uns dann ab einem gewissen Punkt allesamt, die wir das gegründet haben, entschieden, so jetzt erstmal nicht weiter zu machen. Das heißt nicht, dass wir jede Tätigkeit eingestellt haben, wir sind keine Arbeitsverweigerinnen, sondern eher Leute, die ausberufen wie durchaus auch Arbeiterinnen, aber viele Journalistinnen, Philosophen, ich selber habe als Dramaturg gearbeitet und uns jetzt überlegt haben, dass wir da so an der Stelle jetzt nicht weitermachen und jetzt zumindest für eine Zeit etwas grundsätzlich anderes versuchen. Die Frage nach dem Grundeinkommen kommt in Alex Buch durchaus auch vor. Klar ist, das wäre eine abrupte Verbesserung für viele arme Leute und ist insofern grundsätzlich sehr unterstützenswert. Andererseits ist es natürlich auch eine Sache, mit der man sich dann aus Sicht des Kapitals auch ganz gut freikaufen könnte. Aber gut, wenn man sich so nochmal freikauft und dann Leute Zeit haben, wirklich plausiblere, bessere, tragfähigere und nicht-nationale Modelle zu entwickeln, dann wäre das ja mit Sicherheit eine gute Angelegenheit und diese Ideen würden aufkommen. Ganz grundsätzlich ist die Vorstellung natürlich faszinierend, dass im Moment der Einführung eines verdreifachten Hartz IV zu bedingungslosen Konditionen, ich nehme an, das dürfte 1.01.2016 auch geschehen spätestens, dann natürlich abrupt in der BRD zwei Millionen Arbeitsverwalterinnen und Verwalter arbeitslos werden und zwar auf BGE. Das ist doch toll. Also diese Blicke möchte ich gerne dann sehen. Und mit einem Teil dieses Einkommens, die Gehälter werden dann ja schon etwas geringer auf BGE, lässt sich ja natürlich schon ein großer Teil dieses Umlageverfahrens refinanzieren. Darf ich da etwas sagen? Also es ist natürlich nicht ein Umlageverfahren, sondern es geht, und es geht auch nicht um Menschen arbeitslos zu machen, sondern es geht darum, dass das Animal Laborans, also dass die Definition dessen, was Menschen sind, wenn das nur auf die Lohnarbeit oder auf eine Position innerhalb der Gesellschaft, eine künstlich hergestellte Position wie an Lohnarbeit definiert wird, dass das wegfällt. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte immer wieder mit dem Streit um das bedingungslose Grundeinkommen, vor allem auch mit linken Menschen. Da geht es nicht nur ums Teilen oder geben, sondern mit linken Menschen, die genau so sagen, ja, aber dann hast du Arbeitslosigkeit und die Arbeit ist eine Möglichkeit, um an der Gesellschaft zu partizipieren. Erstens mal wird die Arbeit nicht verschwinden, sondern es werden alle Arbeiten ganz unterscheidlich quasi auch gewertet. Also ich kann dann auch als Müllabfuhrfrau arbeiten und muss, gelte in der Stufe nicht hierarchisch runter. Es geht, ich glaube tatsächlich, es ist ein ganz anderes Menschen- und Denkmodell, das die Arbeit als Wertesystem aushebelt. Also deshalb wollte ich einfach schnell einen Widerstand, obwohl es natürlich lustig ist, aber… Wenn ich von vornherein über eine Erwerbslosigkeit statt Arbeitslosigkeit zu sprechen… Okay, machen wir wieder eine Begriffsdiskussion in Deutschland. Schön, wir machen Erwerbslosigkeit, ist präzis, ist präzis, richtig. Ich meine die Erwerbslosigkeit. Ja, alle greifen zum Mikrofon. Ansel, mich interessiert noch, also diese Verweigerung, die Verweigerungshaltung, das ist ja nur ein erster Schritt. So verstehe ich auch das Haus Bartleby und eure Tätigkeit. Das ist der erste Schritt, um dann tätig zu werden. So, und das kann ja jeder bei sich selber auch so machen und das Grunde kommen kann sowieso jeder bei sich selber einführen. Aber gleichzeitig, wenn man das so sagt, ist das ja ein Hohn und Adrian reagiert sofort, weil wir sind hier in Deutschland, wir haben hier politische Verhältnisse. Wie könnte ein möglicher Weg sein, in Deutschland diese politische Idee politisch weiterzubringen? Ich glaube, es ist eine Frage, die viele hier im Raum auch teilen und ich würde diese Frage gerne an euch drei stellen. Ansel, möchtest du beginnen? Wie siehst du einen politischen Weg, die Idee des bedingungslosen Kronekommens in Deutschland vorwärts zu bringen? Ja, ich nehme an, dass alle, die wir hier sind, mehr oder weniger dafür sind. Links bin ich tatsächlich. Und das auch sehr gerne. Ich glaube, dass das auch immer eine linke Maßnahme ist. Der soziale Ausgleich ist immer links. Also wenn wir uns darauf nicht mehr einigen können, dann wissen wir nicht mehr, was links und rechts ist. Das ist immer ein vereinfachtes Schema. Aber ich glaube, dann sind wir uns an der Stelle zumindest in der Tendenz auch einig. Ich würde als Strategie vorschlagen, noch weitaus mehr zu fordern, damit es das bedingungslose Grundeinkommen dann auch wirklich gibt. Ich teile da also nicht den Ansatz in Gänze, wobei diese charmante Vorgehensweise für den Bewusstseinswandel in einer mittleren bis fernen Zukunft, ich also sehr schätze und das wirklich eine wunderbare Vorgehensweise ist, um dann ein Verständnis auch in bürgerliche Schichten reinzubringen für diese Maßnahme, die dann ja irgendwann auch kommen muss. Ganz einfach, weil tatsächlich die Arbeit ausgeht und Produktivitätsgewinne nicht umgelegt werden, sondern ganz im Gegenteil. Ich würde sagen, also nach wie vor fordere ich die Revolution, also tatsächlich eine ernsthafte Bearbeitung des Eigentumsproblems. Aber Sie argumentieren Systemimmanent. Ich bin gleich tätig. Ja, aber Sie argumentieren Systemimmanent. Ich denke tatsächlich, und das war ein Abend, das wäre der Anlass, weshalb ich hier bin. Und Entschuldigung, wenn ich gewisse Regeln breche, das gehört dazu, also im Sinn von, deshalb heisse ich Regeln. Nein, ich möchte einfach nur etwas sagen, es geht wirklich um ein anderes Denken. Und wenn Sie um Umlagerung der Kosten reden, dann sind Sie schon Systemimmanent verhaftet. Ja, also das mag sein, aber mit Spiritualität habe ich es nicht so. Dann gönnen Sie mir doch, dass ich den Punkt übernehme, dann können Sie sozusagen den geistvolleren Part übernehmen. Der sei Ihnen dann gegönnt. Grundsätzlich ist es ja so, dass es natürlich jetzt kurzfristig, ich würde gerne natürlich mit Robert Kurz die Abschaffung des Geldes fordern. Ich glaube, das ist ein Punkt, den wir werden, soweit werden wir jetzt binnen der drei Wochen, die uns jetzt bis 01.01. noch bleiben, nicht kommen. Dass wir uns Menschen das Geld abgewöhnen. Also geht es um Umverteilungsmaßnahmen und ich finde sie ja richtig stütze, das ja. Jetzt war die Frage nach der Strategie und da wäre meine, da können Sie ja eine andere dann fahren, die sei Ihnen herzlich gegönnt, eben etwas mehr zu fordern, um dann zumindest das mal zu erreichen, weil das ist ja so unrealistisch nicht. Wir müssen ja die Revolution dafür überhaupt nicht durchführen und Revolution bedeutet halt Ablösung der Eigentumsverhältnisse, Enteignung der Kapitalisten, die dann fordern, genau wie alle anderen auch, entweder auf BGE leben können oder sich was anderes suchen können. Okay, du gehst auf Tutti. Etwas Kreatives zum Beispiel. Du gehst auf Tutti und dann... Genau, Revolution Tukuch und wenn wir dann als Zwischenschritt das erreichen, das BGE, dann haben wir noch etwas geschafft. Und das, glaube ich, ist auch gar nicht in so ferner Zukunft möglich und notwendig, weil mit welcher anderen Massnahme sollte sich denn die herrschende Klasse sonst freikaufen, als jetzt sozusagen mal ein bisschen was abzugeben davon. Jetzt haben wir den Gedanken verstanden. Vielen Dank. Liebe Adrian, du denkst nach, hast du, was antwortest du auf die Frage? Wie soll das in Deutschland politisch gehen mit dem bedingungslosen Grundeinkommen? Ich freue mich gerade daran, dass ich so gemäßigt mich fühle gerade. Das habe ich nicht so oft, das Gefühl. Also ich möchte auch weiterhin mit bedingungslosen Grundeinkommen gegen Menschen wie Sigmar Gabriel und Marine Le Pen und dann gerne auch noch mit ein bisschen mehr Kraft mich einsetzen. Ich kann sie nicht leiden und ich kann die Verhältnisse, die sie sozusagen symbolisieren, nicht leiden. Das Grundeinkommen würde die auch leider gar nicht irgendwie zum Verschwinden bringen, aber ich würde mutmaßen, dass wir mehr Kraft hätten, uns dagegen zur Wehr zu setzen, gegen diese Art von Chauvinismen und Dummverkaufsstrategien. Ich bin ja deutlich älter als du, Ansem, und ich habe so lange mir Gedanken über die Revolution gemacht, dass ich jetzt sozusagen sage, könnten wir es mal mit dem Grundeinkommen probieren, dann könnten wir dann weiter über die Revolution reden. Das wäre eben auch so mein Rhythmus, den ich mir vorstelle. Und ich bin ähnlich wie du der Meinung, es wird wahrscheinlich der herrschenden Klasse nicht mehr so irrsinnig viel einfallen, weil die Sanktionsmöglichkeiten, die sind grausam, aber man merkt auch, man kommt nicht wirklich mit ihnen weiter. Jetzt haben wir doch mit mehr, müssen wir einfach mit anderen Verhältnissen plötzlich klarkommen. Ich habe die Soutise gerne, dass früher dick und doof getrennt waren. Jetzt haben wir Siegmar Gabriel, der das vereint. Das finde ich, muss man manchmal sagen können. Jetzt würde ich mich aber natürlich dafür interessieren, wie wir, schaffen wir das über die Parlamente? Ich glaube, nein. Ich glaube, wir werden einfach tatsächlich nur so viel Druck erzeugen können, dass Sie sagen, besser nähern wir uns mal diesem Gedanken, weil sonst wird es vielleicht noch schlimmer. Also auf diese Art von Irrtum oder produktiven Irrtum würde ich im Moment setzen wollen. Aber nochmal die Ausgangslage. Also in Deutschland gibt es ja sozusagen ein Monopol auf politische Ideen und das liegt eben beim Bundestag, bei der Regierung und bei den Parteien. Wie könnten wir dieses Monopol brechen? Hast du, siehst du den Weg, Regula, aus ein bisschen Distanz auch? Vielleicht besser, als immer über Gabriel zu sprechen? Naja, es geht ja nicht nur, aber es ist ja, die Revolution kann sehr schnell gefordert werden. Da würden wir sogar vielleicht hier eine Mehrheit finden. Das Problem an Revolutionen ist sehr oft, dass die Revolutionäre sich dann an die Spitze der Revolution einer Bewegung stellen und dann uns dem Rest erklären, was die Revolution war. Zurück, wie wir sie jetzt auch gesehen haben. Also da bin ich ein bisschen vorsichtig geworden. Was in Deutschland passiert, ist klar, es gibt direkte Initiativen auch auf Bundeslandsebenen. Die finde ich ganz wichtig. Ich finde es wichtig, wenn Sie eine Bürger-Bürgerinnen-Initiative haben, weil das hat das Mittel des Agenda-Settings. Und das ist die Möglichkeit, um die schlafende, unterdrückende Demokratie in Deutschland auch ein bisschen aufzuwühlen. Nämlich, wenn ein Thema in der Öffentlichkeit heftig diskutiert wird, wenn darüber gestritten wird, wenn es als Punkt der Agenda reinkommt, müssen sich sogar die Abgeordneten und die Parteien darum kümmern. Und es braucht gleichzeitig eben einen Widerstand gegen ein Menschenbild, das sich immer nur von oben nach unten definieren lässt. Und ich finde es schon faszinierend, wie sich das wieder etabliert hat, auch in den Medien. Und dort gilt es ganz stark, Gegengewicht immer wieder zu halten. Und nochmals, für mich ist das bedingungslose Grundeinkommen insofern eine ganz wichtige Idee. Es geht natürlich nicht nur um das einzuführen in der Schweiz oder in Deutschland, sondern weltweit. Und auch das kann man auf Handelsebene ganz klar durchsetzen. Es gibt keine Freihandelsverträge dann beispielsweise mehr mit Ländern, die kein bedingungsloses Grundeinkommen haben oder immer noch Kinderarbeit und so weiter und so fort. Also, es ist nicht nur eine Idee, es geht darum, die klar auch zu diskutieren und den Druck der Öffentlichkeit von uns Menschen so zu erhöhen. Und das können sie als Einzelne ziemlich gut. Adrien, wie kann dieses Monopol gebrochen werden? Du bist die Erfahrenste. Sag es uns. Naja, ich würde mich schon freuen, wenn die Grünen mal wieder zu ihren Ursprüngen zurückkehren würden zum Beispiel. Das fände ich in der Räumen weit. Das ist die eine Möglichkeit. Die anderen ist natürlich unbequem, sie daran zu erinnern. Also, ich glaube, dass die Parteien sich gerade selber abschaffen, weil sie eigentlich, ich schätze ihn nicht besonders normalerweise Sloterdijk, aber er hat einen wunderbaren Begriff geprägt. Er hat von ausgekühlten Bedürfnisgruppen gesprochen. Und das, finde ich, passt sehr gut auf Parteienpolitiker, dass sie ausgekühlte Bedürfnisgruppen auch repräsentieren. Aber ich habe natürlich nicht die Hoffnung, dass wir bis zum 01.01.2016 die Verhältnisse so gedreht haben, dass die Leute sagen, ah, okay, wir wollen alle ein Grundeinkommen haben. Dennoch ist es für mich überhaupt nicht erstrebenswert, dass das innerhalb des Parlamentarismus verhandelt wird. Also, ich gehöre zu denen, die sagen, nee, ich möchte eigentlich nicht eine Enquete-Kommission haben, wenn ich diese Mehrheiten in diesem Lande kenne, die dann hinterher sagen, es geht nicht. Also, es muss von unten gedacht werden, ich glaube auch und das, ich verfolge es ja seit 2006 und wir waren extrem marginalisiert, wir waren extrem, naja, die ist auch nicht mehr allein oder so. Und jetzt ist es doch mehr und mehr, dass die Leute sagen, hey, es würde die Möglichkeit, Nein zu sagen, erhöhen. Es würde den Paradigmenwechsel vom Müssen und Sollen zum Können und Wollen ermöglichen. Es würde, ich denke ja immer doch in diesem Berliner Umfeld auch, ich bin umgeben von der Avantgarde der prekären Verhältnisse. Ich bin umgeben von Menschen, die sagen, ich bin Künstler, weil das ist die würdigste Art, arm zu sein. Also, ich würde gerne haben, dass wir mit den KünstlerInnen und mit ihren Möglichkeiten noch mehr arbeiten, weil es kommt nicht vom Himmel gefallen, das Grundeinkommen, es wird auch keine. Es gab eine für mich sehr schöne Begegnung, ich habe mit so vielen Seelen über das Grundeinkommen geredet und da war so ein bisschen so ein verstrahlter Typ, der dann sagte, Entschuldigung, ich habe das jetzt gerade nicht mitgekriegt, wann soll das eingeführt werden? Und darauf platzte mir sowas von der Kragen her. Es kommt halt weder Hirn vom Himmel noch das Grundeinkommen, aber wir könnten mit sehr vielen unorthodoxen Methoden, glaube ich, die Lust und die Leidenschaft, die sich mit diesem Thema verbindet, weitertragen. Und daran versuche ich zu arbeiten, also ich glaube nicht, dass ich es über den Parlamentarismus schaffe, ich glaube nur, dass man so lange so eine Bewegung macht, bis es plötzlich so ein bisschen dort anfängt zu krachen, weil das wissen wir natürlich auch, dass in allen Parteien dieses Grundeinkommen schon mal diskutiert worden ist. Es liegt eigentlich in allen Schubladen, sie hassen es, entweder zu 100 Prozent oder zu 80, aber jedenfalls, es ist in der Welt und natürlich gucken wir alle auf die Schweiz, es ist ja gar keine Frage, dass wir denken, wow, 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 der Souverän kriegt es womöglich so diskutiert, dass die Herrschenden sich auch etwas zum Entgleisen bringen, das finde ich, habt ihr schon wunderbar gebracht und da müssen wir noch hin, das Entgleisen ein bisschen üben der politischen Züge, könnte ich mir vorstellen. Vielen Dank. Also wagen wir noch den Blick in die Schweiz, da ist ja folgendes sicher unterschiedlich mit Deutschland, dass in Deutschland, wenn jemand etwas Tolles sagt, dann wird einfach geklatscht. Und in der Schweiz hört man sich ja zu, was der andere sagt und denkt, ich kann ja dann nachher darüber abstimmen, ob ich dafür bin oder dagegen. Und jetzt machen wir das ja in der Schweiz, haben das soweit vorwärts gebracht, dass tatsächlich 2016 im Juni oder im September wird die eidgenössische Volksabstimmung stattfinden über die Frage, ob wir in der Schweiz ein bedingungsloses Grunderkommen einführen werden. Das ist die erste Abstimmung, die wir machen. Es wird dann weitere, wird es dann noch benötigen. Was erwartet ihr davon? Ich wollte aber einen Satz noch ergänzen in Deutschland, was vielleicht machbar wäre. Was ich immer wieder sehr bewundere, ist die Verfassungsgerichtbarkeit, weil wir haben in der Schweiz keine Verfassungsgerichtbarkeit. Also das, was wir im vorherigen Podium gehört haben, die Würde des Menschen einfach auch, dieses Mittel, dieses klassische Mittel viel extensiver zu nutzen und Klagen zu lancieren. Das war noch eine Ergänzung zum Vorrat. Und von der schweizischen Diskussion geht einfach eine Ausstrahlung dann eben in den deutschsprachigen Raum zunächst mal für die Idee. Wie ist das für dich, Anselm? Was ist das für ein Brummen? Kann das jemand klären? Jetzt ist es schon weg. Wie ist das für dich, Anselm, wenn du jetzt auf die Schweiz guckst, Zwergenland, klein, nicht mal in der EU und da wird jetzt über diese Idee abgestimmt. Versprichst du dir was davon oder denkst du, naja, das sind wie die Gallier oder so? Nein, also dieser zumeist norddeutsche Hochmut gegenüber irgendwelchen südlicheren Ländern, wo man dann häufig nicht mehr genau weiß, ich komme aus Hamburg, da weiß man häufig nicht mal den Unterschied zwischen Baden und Schwaben und so und das ist da alles irgendwie Bayern. Also das ist einfach eine Frechheit. Also wenn ich dort bin, zum Beispiel, als ich auch dich dort getroffen habe, habe ich mal den Eindruck, dass das ein sehr reflektierter Umgang ist, dass man tatsächlich wahrnimmt, dass man anwesend ist, da bricht jemand zu einem, das hat dadurch schon ein Gewicht, weil man die Person ja ernst nimmt. Das finde ich einen qualitativen Unterschied zu vielen, hoffe ich dann, norddeutschen Städten. Und wenn jetzt allerdings, was die parlamentarische Frage angeht, finde ich das ganz erstaunlich vor die Revolution gefordert. Jetzt meiner ehemaligen Bildungssenatorin würde ich dann doch jetzt tatsächlich dann sagen, wie Alexander Kluge das am Schauspielhaus Hamburg mal gesagt hat, als ich dort gearbeitet habe in einer Reihe, der ja Jurist ist, dass das ja ganz auffällig ist, wie dann sozusagen da oft die Positionen gewechselt werden. Also ich meine, am Ende, so lautet das Zitat in etwa, geht es doch immer um Rechtsetzung und das Ändern von Regeln. So, jetzt würde ich mit den moderaten anarchistischen Positionen, die ich hier gerne vertrete, jetzt fast mal kurz, damit wir einen Konflikt haben und man was erkennen kann, fast mal sagen, ja Moment mal, aber einerseits wird der Bewusstseinswandel gefordert und irgendwie muss das so jetzt da einen Bewusstseinswandel, aber nicht auf parlamentarischem Wege, ja wie denn dann? Also dann bleibt ja nun die Revolution übrig. Ich meine, wir haben ja jetzt gesehen, dass mit den Stimmen von sogenannten Sozialdemokraten, Christen und Grünen ein Kriegseinsatz binnen einer Woche durchgeparkt werden kann. Dann schaffen wir doch auch bis 01.01.2016 jetzt noch das Grundeinkommen. Also offenbar können Parlamente ja handeln, wenn sie wollen. Das ist jetzt nicht so richtig, was ich dagegen haben können, sollen müsste. Ich bin nur vielleicht ein bisschen nüchterner in meiner Analyse. Andererseits bin ich aber natürlich auch eine, die aus einem Bewegungshintergrund kommt. Also ich komme eben aus Baden und wir haben das, was der Hamburger natürlich gar nicht versteht. Ich habe 22 Jahre in Hamburg gelebt, deswegen weiß ich, wovon ich spreche. Und wir haben eben ein AKW verhindert und wir haben es gegen die Regierung verhindert und wir haben es, ich bin auch Feministin, wir haben auch bestimmte Sachen einfach gesagt, jetzt reicht's und es ist also schon eine Möglichkeit zwischen der Revolution und der Untätigkeit und zu sagen, ja, ich kann jetzt auch nichts ändern, wenn die Parteien, also wenn die Mehrheitsverhältnisse so sind, dass ich nicht repräsentiert werde und wenn ohne Revolution geht gar nichts. Also ich bin deswegen, wie gesagt, seit heute fühle ich mich gemäßigt, was ich sehr genieße. Ich bin schlicht dafür, dass wir sehr unterschiedliche Wege gehen, dass wir eben nicht besoffen werden, weil die Schweiz das macht, weil die Schweiz macht auch ziemlich schreckliche Dinge mit ihrer Abstimmerei. Also es ist jetzt nicht das Land Eden, aber ich bin ganz sicher, dass eben dieses, ich freue mich immer, wenn man über so eine Art von, so eine Bewegung sprechen kann, also nicht die Hauruck-Geschichten, nicht das Schwarz und Weiß, sondern ich glaube, dass wir mit immer mehr Argumenten und immer mehr Strategien und immer mehr Ideen auch, was man mit einem Grundeinkommen macht, einfach eine andere Ausgangsposition hinkriegen können. Und dafür streite ich. Vielen Dank, Adrian. Kurze Schlussrunde. Was wünscht ihr euch von Berlin in Sachen Grundeinkommen? Was wünscht ihr euch von diesen zahlreichen Menschen, die da euch jetzt eine halbe Stunde zugehört haben? Was wünscht ihr euch von denen? Ich bitte um eine kurze Antwort zum Schluss. Dass sie sich das wünschen, was sie selber wünschen möchten. Also es ist an able to wish. Also es käme mir nicht in den Sinn, was zu wünschen für andere. Aber ich kann mir was für mich wünschen. Und es ist tatsächlich das bedingungsgroße Grundeinkommen weltweit. Bedingungsgroß finde ich auch wunderbar. Bedingungsgroß macht schon den Schritt nötig, den wir brauchen. Ich würde mich freuen, wenn möglichst viele unterschiedliche Ideen, also was mache ich mit meinem Leben, was tue ich, wenn das einfach in die Öffentlichkeit gerät. Und ich bin nicht so altruistisch wie du. Ich möchte gerne, ich habe mit Bernadette LaHengst, es gibt auch mehrere Leute da, haben wir ein bedingungsloses Grundeinsingen gemacht. Und ich möchte, dass möglichst viele künstlerische, kluge, freche, leidenschaftliche und sentimentale Aktionen von euch mitgetragen werden. Weil wir müssen das ein bisschen zum Bewegen bringen. Dann sage ich jetzt mal ganz frech, dass ich die ersten 20 Artikel der Bundesrepublikanischen Verfassung sehr schätze. Dass aber jede Bewegung am Ende doch rechtsetzend, das heißt, regelnändernd wirken möchte. Wir müssen die Regeln ändern. Darauf läuft es hinaus, ob es nun ein Parlament macht oder eine spirituelle oder sonst wie Bewegung, die eine Regeländerung und Rechtsetzung fordert. Ich würde mir wünschen, dass wir uns das eingestehen und uns nicht immer gegenseitig vorbeten. Wir müssen eine Bewegung gründen. Wir sind schon alle da. Ja, wir sind alle anwesend, Sie, ich, wir, die wir hier sitzen. Wir sind das schon, wenn man so will. Ich mag das Wort nicht so, aber wir sind das schon. Jetzt geht es darum, die Regeln zu ändern. Ich würde mir wünschen, nicht immer nur etwas zu beschwören, sondern es dann auch zu machen. Vielen, vielen Dank meinen drei Gästen, Anselm, Lenz, Adrian Göhler, Regula Stempfli. Es geht weiter, schon bald in einer Viertelstunde. Da kommt die dritte Runde und da geht es da über das Thema, die Überschrift ist Grundeinkommen und Wissenschaft. Wiederum wird Alexander Czernek kurz lesen und euch damit zusammenrufen. Vielen Dank euch dreien.